Hallo und herzlich willkommen zu. Wir gehen wieder mal zusammen reiten. Das korrekte Schuhwerk. Wir fragen auch, Emma, ist das nicht fucking langweilig, wenn du am Reiten bist? Doch! Wieso mache ich eigentlich diese verdammten Videos? Oh nein, Bagger. Das wird immer schlimmer. Nein, da gehen wir jetzt. Ich denke, da können wir jetzt chillig machen. Ja. Zurück. Ja, wie oft noch. Zurück. Zurück. Jetzt laufen wir. OMG, einfach ein Bagger. Scheisse, Mami. Und... Galopp. Aber auch wieder genug Action für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.